ja hallo herzlich willkommen zurück zu let's play toy soldiers diesmal wieder im dlc die kaiserschlacht die zweite mission und gott die letzte war ja echt hart mal sehen was dieses mal auf uns wartet ich habe das gefühl dass das hier ein failpart ist also muss man gesagt haben wenn ich in einer mission fehlen werde ich sie überspringen es hat doch keinen sinn wenn ich jetzt fünf parts an eine mission habe oder die letzte offensive luddorf bla 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 mir egal auch gut und oh ich sehe es schon gut sitzen wir in hotchkiss sind hier in hotchkiss und haben kein geld mehr okay das ist unsere spielzeugkiste es ist sie sonst noch aber wir haben bomber okay aber jetzt moment hatte mal okay okay jetzt kommt hier die infanterie da müssen wir jetzt erstmal drauf halten unser kollege ist anscheinend zu faul jetzt mitzuballern dass ich ganz blöd finde aber egal so viele sind es ja noch nicht okay ist doch schon recht viele egal das schaffen wir doch jetzt bis auf die idee gekommen mitzuballern du bist ja mal ganz heller sehr schön stacheltrat verletzt die leute ja auch noch ja komm stirb juhu bis das hoffen da hinten kommen jetzt ein paar wisst ihr was welchen weiß das panzer garantiert kommen werden hier noch ein stalks sind und von hier hinten wird das auf euch geballert ja so wird das was hier oh ein moment toll wurde ich unterbrochen um meiner mutter die busfahrpläne durchzugeben so aber wie schon gesagt jetzt ist noch alles schön gediegen hier alles gewinnt gut wo versammeln die sich jetzt ach da hinten sind noch ein paar verdammt gewiss dir was die packen jetzt noch hutschkissen ob es da kommt schon die nächste welle da kommt stirb und leute die nächste welle ist schon am anmarschieren von dort hinten so wisst ihr was da sind die ja schon kommt ein stalks hin hier klemm ich mich ans hutschkiss ich will keins dieser schwein hier durchkommen lassen so warten bis die meinte da ist und jetzt jawohl aber es scheint doch noch alles hier zu klappen gott wie wir überrannt werden meine Fresse oh ja und hier kommen die ganz gefährlichen gut aber ah verdammt kühl schneller ab los puh geht das jetzt wirklich knapp okay jetzt kommt Panzer da kommt die Kanone genau richtig wird gleich geupgradet Stokes wird geupgradet du bekommst upgrade du bekommst keins mehr sorry okay ah hier hinten kann ich noch was hinbasteln ja du schießt nur in die Richtung werde ich in Stokes und packen einfach mal die Reichweite oh hier ist ja noch was vom Gegner nett die Kanone hier auch noch da könnte ich dann später mein eigenes Zeug hinbasteln okay jetzt die Panzer wie soll ich mich den entledigen die Kanonen schießen ja wirklich in keinster Weise in diese Richtung okay meine einzige Rettung okay es sind ja nur drei Panzer aber trotzdem ihr seid meine einzige Rettung so jetzt aber hier jetzt kümmere ich mich hier auch noch um die kleinen Fußsoldaten mal sehen wie viel ich darf noch wegbekommen wenn ich einfach mal wahllos Bomben draufschmeißen doch einige gut wie immer bugt der Sound natürlich ein bisschen ich kümmere mich jetzt einfach mal hier ums Kleinvieh gut oh sorry das wollte ich nicht also gut um dich wird sich ja schon gekümmert ausreichend jetzt kommen ja auch schon die nächsten Panzer aber erstmal kümmere ich mich hier hinten um ein nettes Geschütz das will ich für mich beanspruchen sorry ne oh oh was Spielzeugkiste da seid ihr zu blöd meine Spielzeugkiste hier zu verteidigen Leute okay klappt doch alles okay oh da kommt auch schon die große Kavallerie so hier was okay ich bin tot das hatten wir auch noch nicht oft ha 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 okay wo sind die drei Panzer die mir hier angezeigt werden die oben rechts ja wo sind die bösen Panzer da okay okay ich glaube ich mal hier hinten das Hodgekiste denn das kann es ja doch nicht sein dass die Leute hier so weit durchkommen ja ne du mich auch ne hallo stirb dann stirb du zumindest nein es sind schon zwei drin verdammt okay du wirst gleich fertig gemacht ja die halten eh nicht mehr lange aus komm so ein upgrade du auf jeden Fall keine Ahnung ist aber kann man die nicht einfach mal ein bisschen drehen egal du bekommst ein upgrade und du hast ja schon ein upgrade okay Newton Mercer ganz wichtig Hodgekiste du kommst auch noch ein upgrade dann komm jetzt schießt du einfach mal drauf okay so viel wird der Panzer auch nicht mehr aushalten sehr schön der ist weg du bekommst kein upgrade wieso nicht 1800 scheiße egal hier packe ich noch mal ein Stocks hin ach ja genau du schießt dann auch auf mich ne Mist da komm jetzt auch wieder Panzer na Leute also ich muss jetzt erstmal den hier loswerden ansonsten komme ich auf keinen grünen Pfad mehr auf keinen grünen Zweig mehr so jetzt hier umdrehen aber ganz ehrlich ich muss sagen die Maps sind wirklich sehr schön beseitzt da kann mir doch keiner widersprechen oder jetzt hier durch den Baum hindurch auf das geschützt und oh verdammt okay verdammt ich muss mich jetzt hier erstmal um das ganze Reitgefolge kümmern ja die wollen wir hier auch noch als Leder oh Gott sechs Paz ist hier unterwegs das hört sich nach nichts gutem an das sind bedrohliche Musik okay was ist der letzte oh hier kommt schon Infanterie also wir haben hier heute wirklich alle Hände voll aber du kannst nicht zielen oder was ja toll schießt in die Erde die böse Erde tut dir ja auch so viel oh ne also Leute taug ich mich jetzt wirklich wieder an den Bomber und bombardier hier zu okay Sound for the win ich merke es schon so also hier Bombe und Bombe Mist einer kommt durch okay diese Bombe hast du dir verdient mein Freundchen ja sehr schön hast du mal eben was acht sind durch Leute verarscht mich doch nicht dass so viele hier durch sind muss ich hier eben noch mithelfen weg mit ah verdammt auch noch daneben egal der ist hier eh gleich weg so kümmere ich mich mal eben hier um die hier du solltest auch gleich weg sein hat das geholfen was die Leute fahren immer noch rein verdammt Leute ich glaube das hier wird jetzt noch eine echte Fehlnummer aber ey ich hätte mich so lassen einer zu reparieren und oh Leute das kann es jetzt doch nicht sein egal ich kümmere mich hier schon mal um die nächsten Welle denn wenn ich jetzt hier weiter rumheult und nix macht es immer schneller weg als wir denken können ja hier noch eine Kanone die wir so dann auch noch beseitigen boah verdammt seht ihr schon wieder der Bildschirm ich mag das nicht gut jetzt kommt die Panzer von wo jetzt kümmere ich mich gleich von Anfang an um die ich gehe nicht gegen den Baum nicht gegen den Baum nicht gegen den Baum oh sehr schön durch den Baum auch mal gut auch mal gut alle runterholen scheint so kommt mir wollen wir es gleich auch weg ok also wisst ihr was du wirst verkauft du wirst verkauft und stattdessen kommt dir ein Pompom hin die Flugzeuge hier sind anscheinend wirklich gefährlich es sind viele vergiss es nicht rein mit dir du auch nicht Leute lass da keinen rein können doch nicht so viele sein Leute ein Leben noch eins oh lad schneller nach bitte eins jetzt nur noch ein kleiner Scheißsoldat ohne Eier dadurch könnt ihr mal weg vergisst es du kommst da nicht rein oh Leute wir haben uns ganz ehrlich verloren seht euch das hier mal an scheiße es wird ein Failpart also beim nächsten Mal sehen wir uns bei den nächsten Missionen wieder wenn es wieder heißt Let's Play Toy Soldiers oder Let's Fail bis denn tschau sorry natürlich gibt es noch die Statistiken Einheiten erreicht das Ziel insgesamt 20 hahaha ja motorisierte toll ähm einabendig Kills das finde ich sehr schön gut also gut wir sehen uns aber beim nächsten Mal tschau 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 Vielen Dank.